Woa, rechts von mir! Woa! Eine wieder! Ja, wat? Woa! Hund! 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 Wie kriege ich den weg? Wie? Ja. Woa! Okay, kommt jetzt einer, oder? Nein. Okay. Also auf der Seite mal nicht. Die laufen alle von vorne rum. Okay. Oben! Ah, ich kann nicht mehr laufen. Woa, fuck, fuck! Woa! What the fuck! Alter! Auf einmal sind alle da! Boah! Hahaha! Achso, wieso lebe ich noch? Achso. Auf einmal waren alle da, hm? Ja. Was ist jetzt los? Achso. Können wir da auch irgendwo hin? Überlebe 20 Angriffsfällen und nicht komme! Alter! Ja, gehst du halt auf die andere Hütten und ich geh drüben! Oh, andere Seiten, oder was? Ja, geh mal auf andere Seiten. Passt! Passt! Da ist er! Da ist er! Ich sehe ihn! Achtung! Ziel neutralisiert! Hinter mir sammeln! Boah! Uff! Ah! Okay! Gib mir Feierschutz! Granate los! Okay! Habe der! Da geht's schon wieder zu! Er ist weg! Weißen wir die Gruppe aus! Oh! Feind neutralisiert! Ja, genau wie hat's mich nie gesehen da! Los! Vorsicht! Scheiss drauf! Ja, genau wie hat's mich nie gesehen da! Ja, genau wie hat's mich nie gesehen da! Was? Sauber! Fünf noch! Was? Okay! Ich will das alle sofort den Abschnitt durchsuchen! Komm! 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 Boah! Was ist? Er hat's ausgehoben! Ei! Er hat's voll ausgehoben da! Ja! So! Zwei noch! Da ist der! Können wir denn zu mir, oder? Einen hab ich! So! Das funktioniert da ganz gut, muss ich sagen, mit dem Snipen! Wie ist er denn? Sehr gut! Die Gegner ziehen sich zurück! Zeit für eine kurze Verschnaufpause! Die gruppieren sich neu! Das ist kein Rückzug! Oh, der Vorder! Also, ich hab da gleich eine Munitionskiste auch bei mir! Ei! Vor Ort ist eine wichtige Zielperson! Er muss unbedingt festgesetzt werden! Was? Vier Minuten! Hier ist jemand! Was? Vier Minuten! Haben wir Zeit, dass wir den Fest nehmen! Echt? Ja! Okay! Dann machen wir das, oder? Ja, der ist bei mir! Nein, nicht drüber! Komm und hilf mir suchen! Bei dir da oben, oder wie? Ja! Okay, und bei mir sind da irgendwelche, glaube ich! Ja! Nein! Die Drecksau! Nicht den Anschiessen da! Achso! Scheiße! Hahaha! Scheiße! Mei! Nein! Na wenigsten steigen wir wieder bei dem ein, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht! Ich glaube schon! Na! Es wird in fünf Sekunden zu Feindkontakt kommen! Okay! Der gegnerische Anführer wurde als wichtiges Ziel identifiziert! Er muss festgenommen werden! Hier ist ein Eis eigentlich! Sucht nach ihm! Ja! Markieren wir den, was wir einfangen müssen, bitte! Falls er wieder rauf geht! Ja! Uh, da sind noch ein paar, gell! Zeihung! Oh! Ziel ausgeschaltet! Sehr gut! Nur den Anderf von der da schießen, gell? Ja, ja! Oh, da kommen noch ein paar! Na, das ist ein bisschen schwierig, da! Ja! Was? Ah, geh weg! Ja, lauf! Nein! Ja, ich? Na! Ja! Puh, hoffentlich sehe ich keiner, so! Ihr werdet sofort suchen! Los! Du bist da! Okay! Wenn du den hinten noch machen kannst, dann können wir ihn reinfangen! Kommt der jetzt, oder wie? Nein! Aber der steht da mitten da! Oh! Da sind drei! Stimmt! Vier! Jetzt nochmal einer! Oh! Wo ist der? Nicht schießen! Ich sagte Feuer halten! Die Mitten! Stimmt! Ma! Alter! Was war das jetzt? Das war irgendeine Granade! Alter! Komm! Wer hat dich geworfen? Weiß ich nicht! Sorry! Alter! Alter! Na ja! Alec! Bereitmachen! Da kommen Sie! Gut! Anscheinend steht der Anführer auf Lenglis Fahndungsliste! Wir müssen wissen, was er weiß! Okay! Ist der jetzt wieder oben, oder? Ja! Ausschwärmen! Alles durchduchen! Wenn das Geld schießt, kannst du um die Furter nachschießen dann! Also jetzt sind sie wieder runter gegangen, oder was? Ja! Ah! Ja! Hm? Oh, jetzt kommen ein paar zu dir rauf! Sehr gut! Hey, ob sie sich mal reingegangen, oder was? Sauber! Ah! Gekommen, Alter! Du musst umkommen schnell! Wo bist denn du rauf, ey? Geradeaus und dann rechts! Also links! Oder da! Von anderen Seiten wär's besser, wenn du kommst! Von welcher? Von der? Geradeaus, geradeaus, geradeaus! Da steht aber einer hier oben, gell? Okay! Unser Geisel! Da einer, ja? Mich hast erwischt! Nicht anschießen! Ah, das ist der, der in den Gefangen nehmen muss! Ja! Ehe drucken! Ehe! Ja, tue ich grad! Hinter ihm und Ehe! Na! Da ist er! Was du hast denn! Hehehe! Und dann, äh, einbinden, oder irgendwie geht dann! коски sind! Aaaaahً! Aaaaah! Ach. Muss ich spawnen bei der nächsten Welle, oder was? Echt oder was? Ich bin halt hin, ich bin halt hin, ja. Okay. Jetzt kann ich dir zuschauen, ja. Ja, bleib du da, bleib stehen. Ich schau da bei der Stürgen, wo es runtergeht und du schaust auf der anderen Seite. Bei welcher Stürgen? Da wo ich bin? Ja, ich seh genau quasi die, wie ich mich seh. Okay. Ich schau bei der Stürgen ab, wer kommt, oder? Also da wo ich gerade bin, oder? Ja, ja. Passt. Ich seh das gleiche, was du siehst. Passt. Wie viele Überlebende sind noch? Fünf. Das seh ich nämlich nicht. Fünf. Ja. Ja. Konzi ausgeh. Hab doch, ich lieg da, oder? Da hab ich irgendwo angehört. Ja, ja. Ja. Okay. Okay. Wenn ich wenigstens einmal welche sehen, da hat. da unten steht einer. Wo? Wenn du vierig gehst, zu dem Klander, links, siehst, da stehen ganz zwei bei den Absperrungen. Ja. 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 Und der andere steht unten nur auf der Straße bei den Heisebayern. die ebenfalls nicht. Ja. 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 Er hat die ganze Zeit. Ja. Ja, bis zur nächsten Welle, ja. Ja, ich mein generell. So. Der andere steht auf der Straße unten, da beim Panzer. Okay. Den kannst du von der Stürgen unten machen. Nein, geh rechts. Gut. Wo ist er denn? Also da links, wenn du die links zu behaust zur Bound, dann ziegst du da oben, ich glaube. Zum Panzer. Ja, halt, jetzt habe ich mit Kuh. Mit Kuh. Heune und jetzt geh 4. Geht nicht. Sicher geht das. Da vorne steht er. Also den habe ich nicht gemeint, aber... Beim Panzer steht er. Ja, da steht nur einer am Gehsteig. Siehst du den nicht? Nein. Der steht direkt dort. Direkt da. Ja. Gehen in die nächste Deckung, führe ich zu dem Sandseck. Siehst du ihn jetzt? Da ist auch noch einer. Ja. Ist das der? Der Mann ja. Ja, den habe ich die ganze Zeit schon geplant. Zwei noch. Die werden denn die heißer sein? Wahrscheinlich. Die werden denn die heißer sein? Nein, der hat mich schon gesehen irgendwo. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Der sieht mich doch. Bei der Stürgen. Geradeaus. Beim Panzer links bei der Stürgen. Ah. Hinter dem Plan, da versteckt er sich. Ja, ja. Ich kann magieren auch nicht. Ja, da kannst du nicht durchschießen. Jetzt gehen wir jetzt. So, einer noch. Was? Was hat das jetzt? Was? Es zerreißt irgendwas. Was? Irgendwas zerreißt es da. Oder hat es zerreißen? Was ist eigentlich das Z? Ich glaube das ist das, oder? Der letzte. Weiß ich nicht. Ich glaube nämlich schon. Weil das rennt da rum. Ich kann mich da nicht schön drehen. Weil das bewegt sich. Ich sehe nichts. Ich sehe keine Merkierungen, gar nichts. Ja, Ziel steht da. Ja, geh mal. Achso, das wird der Typ sein, oder was? Achso, das wird der Typ sein, oder was?